Nein, Alter, wirklich? Oh mein Gott, du lahm. Oh mein Gott, er hat sich nicht gezeigt. Ich finde das sehr geil. Alter, ich dachte schon kurz. What the fuck? Gestern? Nein. Ey, wenn das jetzt Prank ist. Nice. What the fuck? Yes. Kann man nicht mehr auf's Ver... ...de Haken, eigentlich? Ja, immer was. Ja, du kannst bestimmt auch noch irgendwie, wenn du Bock drauf hast, so mit Haaren irgendwie was anfangen. irgendwie, also du hast ja voll viel so